Was geht ab, Freunde? Wir machen direkt weiter mit der nächsten Reaction für heute Abend und zwar mit dem neuen Song von Samra und Anonym und zwar Augenüberall bzw. Anno, wie es hier im Titel steht, also nicht mehr Anonym. Ich kann mir auch schon vorstellen, warum eventuell, denn ich habe irgendwo bei Instagram gelesen, die Maske soll fallen, also deshalb vielleicht von Anonym zu Anno, keine Ahnung. Es hat lange gedauert auf jeden Fall, also Anno war wieder eine Zeit lang weg gewesen und ja, ist jetzt bei Samra gesigned. Ich bin gespannt auf den Song, ich würde sagen, wir labern nicht lange drumherum. Lass gerne ein Abo da, würde mich extrem freuen und ja, let's go. Also noch hat er die Maske auf jeden Fall auf. Ich habe auch Gras getickt, habe die Schafe mit und ich drücke ab bei Tageslicht. Sie sagen, Samra, Maschallah, wie begabt du bist. Du kennst mich, wenn ich falle, nehme ich alle mit. Ich stehe nicht rein, nur weil einer mich gekränkt hat. Aus Gold wird kein Kupfer, egal was sich verändert. Mama sieht den so weg. Mega geil, Mann, geil, sehr nice, schöner, wie ich finde, trotzdem klassischer Samra Beat, genau wie wir es beim letzten Mal auch hatten. Ich habe ja immer gesagt so, er hatte ein paar Songs, wo er ein bisschen rumprobiert hat, zum Beispiel Lost war so ein Song. Aber das ist zum Beispiel auch für mich, wie der ist auch produziert von Lukas Piano und Cordy. Cordy bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich den kenne, aber trotzdem so richtig schöner, geiler, typischer Samra Beat einfach. Samra kommt schön aggressiv rein in den Song, nice. Diga, nice, Mann, geht schön nach vorne, der Song. Ich kann mich auch noch erinnern an den anderen Song, den die hatten. Ich glaube, der hieß Paris, dürfte jetzt, ja, wie lange ist das her? Wahrscheinlich etwas länger als ein Jahr, würde ich sagen, ungefähr. Weiß ich auch gar nicht, war der auf dem zweiten Album von Anno oder war der irgendwo bei Samra drauf? Ich glaube, bei Anno. Da weiß ich noch, der Song hatte mir irgendwie nicht ganz so gut gefallen, aber der hier macht jetzt schon wirklich einen mega, mega krassen Eindruck direkt hier am Anfang. Nice, Mann, auch schöner Mix von der Stimme. Ich glaube, das war einer der Punkte, die mir da letztes Mal irgendwie, also damals nicht so gefallen hatten. Ähm, ich kann mich auch nicht mehr ganz genau dran erinnern, aber hier auf jeden Fall auch nicer Einstieg von ihm. Augen über ein, die immer auf uns scheinen. Wir sind uns mal gefallen, denn unser Herz ist zu rei. Ich muss auch sagen, ne, ich weiß nicht, aber ich finde, es gibt keine geilere Videolocation in Berlin als hier am Kudamm. Ne, also Waldorf, Astoria da, keine Ahnung, ich feiere die Videos da immer. Samra hatte da, glaube ich, schon mehrere gehabt. Ich glaube, bei Elif, also bei dem Song mit Elif damals war er da schon mal, generell bei ganz vielen danach auch, auch viele andere Künstler. Aber finde ich, ist irgendwie eine, ja, eine geile Location einfach. Diese Erde, 600 Pferde, in 10 Euro ist keine Werte. Bis offen auf der Fahrspur, so wie Tupac Shakur. Meine Zeit ist reif, dreh die Santur. Es hilft dir keiner, wenn du unten bist, Kataläer, Unterschrift. Ich bin der Junge, der es mutterfegt. Augen über, Augen über, die immer auf uns scheint. Wir sind tausendmal gefallen. Ja, aber ich muss sagen, ne, auf dem Song hier, die beiden, also die hatten ja auch damals schon Songs, die kenne ich natürlich auch. Ähm, damals, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß der eine, da gab es mal auf jeden Fall einen, den fand ich über nice. Hier, wie gesagt, ich finde, die beiden passen mega gut zusammen. Und, äh, ja, geiler Beat, geiles Video. Nice. Denn unser Herz ist so rein. Augen über, die immer auf uns scheint. Wir sind auch's mal gefallen. Denn unser Herz ist so rein. Okay, jetzt bin ich gespannt mit der Maske, ob noch was kommt. Okay. Krass. Ja, wie gesagt, ne, es macht schon Sinn. Deswegen jetzt ohne Maske, dann von Anonym zu Anno. Genau, wie ich's mir gedacht hab. Okay. Ich würde sagen, bevor's am Ende des Dinges, ne, übrigens, wenn Samra, oder ich glaub, Anonym wird das Video wahrscheinlich safe sehen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr da irgendwas machen könnt für mich, aber, äh, die letzten Samra-Reactions wurden leider alle immer nach ungefähr einem Tag gesperrt und waren dann nicht mehr online. Ähm, keine Ahnung. Ja, deswegen. Also, wär cool, wenn da irgendwas gehen würde. Das war's mit dem Song. Geiles Ding, Freunde. Würde ich sagen, auf jeden Fall kommentiert eure Meinung, lasst ein Like und ein Abo da hier, aktiviert die Glocke und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, Freunde. Ciao.